Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich möchte mit den positiven Aspekten dieses vorliegenden Gesetzentwurfes beginnen und auch mit den Punkten, wo sich in der Tat zeigt, dass es sich gelohnt hat, die Opposition einzubeziehen. Auch dafür will ich mich natürlich herzlich bedanken. Und zwar geht es um den Punkt Verbesserung des Kündigungsschutzes von Mieterinnen und Mietern in Gebieten mit Erhaltungssatzung, also in Gebieten mit angespannten Wohnungsmarken. Da finde ich es sehr gut, dass ein Punkt aufgegriffen wurde, der ja der von uns benannte Sachverständige in der Anhörung vom Deutschen Mieterbund stark gemacht hat, nämlich dass wir hier den Kündigungsschutz von Mieterinnen und Mietern verbessern. Soll jetzt, also bislang gilt er ja, wenn nachdem also eine Wohnung von einer, also umgewandelt wurde von einer Mietwohnung in eine Eigentumswohnung, bisher drei bis maximal zehn Jahre. Jetzt wird es verlängert von fünf auf zwölf. Das ist jetzt nicht ganz das, was der Bundesrat vorgeschlagen hat. Der hatte nämlich blieben bis 14 vorgeschlagen, aber immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Das finde ich gut, dass es aufgenommen wurde. Ich persönlich finde ja, ehrlich gesagt, dass man in Gebieten mit Milieuschutzsatzung gar nicht umwandeln sollte, auch nicht dann, wenn die Wohnung dem Mieter zum Kauf angeboten wird. Das ist einfach häufig vorgeschoben. Aber ich denke, darüber können wir ja dann möglicherweise in rot-rot-grünen Koalitionsverhandlungen sprechen. Das ist mit der CDU bestimmt nicht zu machen. Ja, meine Damen und Herren, die Milieuschutzsatzung kann den Kapitalismus bestimmt nicht abschaffen, aber immer in Haufe aufhalten. Deswegen finden wir es Gutes hier am Paragraf 172, was geändert wurde. Genauso begrüßen wir die weitere Fassung der Umweltverträglichkeitsprüfung. Wir finden es auch richtig, das ist, glaube ich, noch gar nicht angesprochen worden, mehr die Rechtssicherheit für die fehlenden Wohnungen an der Küste, wo sie gefährdet war. Das ermöglicht einkommensschwachen Familien den Urlaub, päppelt auch das Einkommen der vieler Küstenbewohner auf. Wir kennen aber gleichzeitig das Problem des massiven Missbrauchs von Ferienwohnungen in den Großstädten, wo Mieterinnen und Mieter verdrängt werden. Auch das Problem gibt es zum Teil natürlich auch in beliebten Küstenorten. Wir kennen auch die Furcht vor sogenannten Rollladensiedlungen, also so leeren Ortschaften, wo da nichts mehr passiert. Deswegen finden wir es gut, dass die Kommunen da eine Handhabe haben oder gestärkt werden, das zu regulieren. Ich muss aber an der Stelle auch sagen, dass ich wirklich allen Ländern empfehle, hier eine Zweckentfremdungsverbotsverordnung zu erlassen, um eben den Missbrauch von fehlenden Wohnungen zu verhindern. Applaus Ja, meine Damen und Herren, auch die Linke wollen natürlich lebendige, durchmischte Städte. Wir finden deswegen die Einführung eines urbanen Gebietes richtig. Ich habe es ja bei der ersten Lesung schon gesagt, diese heute so beliebten Gründerzeitförderung konnten heute gar nicht mehr genehmigt werden. Aber genau das wollen wir ja häufig, kurze Wege, die Mischung aus Wohnen, Arbeiten und Unterhaltung. Und deswegen ist es gut, dass es das urbane Gebiet gibt. Wir sind uns beim Lärmschutz nicht wirklich einig geworden. Das hat schon mehrfach eine Rolle gespielt. Ich finde schon, das habe ich hier auch gesagt, wir können darüber reden. Weil wer in die Stadt zieht, wer in Gebiete zieht, wo man einfach näher heranrückt an gestehende Unterhaltungsangebote, der kann natürlich nicht erwarten, dass es da so leise ist wie auf dem Dorf. Also das habe ich ganz klar gesagt. Ich habe auch hier schon mal die Position vertreten, dass wir natürlich in den Städten und das kann mal an Berlin sehr, sehr gut sehen, auch einen Bestandsschutz für die bestehenden Clubs brauchen. Ich finde es auch ehrlich gesagt amüsant, wenn Leute, die dann als Studenten da hingezogen sind, genau weil es da so schön munter und lebendig war, dann finden sie aber zehn Jahre später, es ist zu laut und versuchen dann gegen die bestehenden Clubs zu klagen. So geht es natürlich nicht. Trotzdem hätten wir es auch vorgezogen. Man wäre dem Vorschlag des Bundesrates nachgekommen und hätte die Lärmmessung in den Innenraum verlagert. Ja, das ist ein Paradigmenwechsel, aber ich finde einer, der nötig ist. Und ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden, warum es anders gemacht werden soll, weil entscheidend ist ja im Endeffekt, wie laut oder leise es innen ist. Ich würde vorschlagen, dass wir hier bei den Haushaltsverhandlungen über einen Lärmschutzfonds reden, dass wir eben lärmschützende Maßnahmen für die Mieterinnen und Mieter unterstützen, zum Beispiel den Einbau von Hamburger im Fenstern, aber eben das Gewerbe und die Clubs, die auch abgedichtet werden können, ohne dass sie um ihre Existenz fürchten müssen. Meine Damen und Herren, mein letztes Argument und deswegen können wir auch diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen, ist auch bei uns der 13b. Ich halte das wirklich für falsch. Das karikiert wirklich komplett den Sinn des Gesetzes, nämlich die Innenentwicklung zu stärken. Sie befordern stattdessen die Flächenzersiedlung auf Dörfern mit Eigenheimsiedlungen oder, und das ist meine Befürchtung, weil man die Armen in der Innenstadt nicht haben will, baut man dann halt irgendwie so nach dem Motto Kropius statt, an die Außenbereiche der Großstädte, Großstädte, dann die Sozialwohnungen hin. Das finde ich einfach falsch. Und deswegen werden wir auch die Streichung des Paragrafen 13b beantragen. Wenn das nicht angenommen werden sollte, müssen wir uns dann im Ergebnis enthalten. Vielen Dank.